Nachher nochmal Eiche-Farm gehen Für die Burg und ich muss mal gucken aus welchem Stein ich die Burg mache Ob ich da kochen muss So jetzt mal Also Bricks oder... Keine Ahnung Ich glaube mit Bricks sieht das geil aus Ich weiß, aber es ist so langweilig Ja, ist doch gut Aber es ist wenigstens nicht so cool Ich guck mal Ich das mal Alter Boah da kriegste echt Fußpilz ey Brauchst du Erde? Ich hab keine Ich brauche das auch genug Moment mal Ich glaube Du bist viel zu leise So, noch was? Ich bin viel zu leise Nee, jetzt gehts Was kann da los? Aber du redest auch voll leise, ne? Ja, kann sein Solltest du mal lassen, weil... Meine Minecraft-Sounds übertönen dich wohl die ganze Zeit Die ganze Zeit Schei hat nicht weg hier rum Ja, aber du hast grundsätzlich keine... Extrem laute Stimme, sag ich jetzt mal Boah das ist ein Pilz Pilz Baumpilz Alter, ich weiß nicht bis wann ich das begradigen soll Bis hier hin Hey, wozu? 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 Was? Ach so Benzin Nee, ja gut, nimm mit Was hinten absterbst du denn eigentlich? Der hält so ungefähr nur Nein Komm mal kurz die Fenster zu mir los Da hinten rum geht Alter, jetzt pisst das hier aber richtig los Ja, los! Ich pass die, ey Wo pisst das los? Hä, es regnet Nein Doch Ja, regnet es noch Draußen Ja, mein ich ja Hä, wie bei euch regnet das nicht? Bei uns pisst das hier Bei uns pisst das hier Was machst du? Was hast du jetzt runtergeschmissen? Alter, Janos, ganz ehrlich, du bist so inkompetent, scheiße und dumm, ne? Hammer, Alter Ich hab auch früher auch gefreut Als Maul, Spaß Was denn? Als Maul Wo ist denn dein Name? Was? Wo ist meine? Was? Wo ist meine? Der Berg Mein Berg Mein Berg? Mit CH Wo ist denn dein Berg? Ja, mein Berg ist beim Zwerchfeld Ja, mein Berg ist beim Zwerchfeld Nur aus dem Stirn runzeln Kann man nichts mehr machen, boah Ja, weil ich auch kein Weil ich auch nicht aus dem Osten bin Jetzt schläfst du bei uns Ja? Hat sich angefangen, ja Das pisst richtig krass Natürlich mir nicht Ich seh den Berg immer noch nicht Das ist nicht unbedingt was negatives Alter, wie laut das jetzt hier ist Scheiße mit schrägen Fenstern Wieso, es geht eigentlich Wenn die drei Regentropfeln auf dein Fenster klopfen Da hab ich Angst Weißt du Er ist immer der coolste, ne? Aber manchmal hat er auch so Phasen Da denkste Ehhhhhh Mein Opa mir früher immer fragt Oder so Mhm, so siehst du auch aus Immer wenn ich mich so angestellt hab Wenn es früher ruhig immer bei meinem Opa war Und dann immer so richtig hart gehagelt hat Harte Hagel Und dann bin ich immer Zu meinem Opa gerannt Er hat mir das immer vorgesungen, mich nicht zu ärgern Das tut er heute noch Einfach nur, weil er mich damit ärgern will Spasslich Damals hat er dich nicht damit geärgert, glaub ich nicht So, hier komm Ich holz hier jetzt alles ab, ey Scheiße, warum jetzt? Mach ich auch So viel, ey Auf dieser Insel ist es so viel So viel Eicher Das kann ich jetzt wegwerfen Das Nein! Nein! Ah, jetzt Erstmal ne Kiste bauen So den ganzen Steinen Die ganze Scheiße rein Sonst müssen ich die erstmal noch nicht drauf nehmen LOL Hast du gerade auch den Lick gehabt? Nein. Okay. Was ist los da? Mich faszinieren diese Himmelsinseln immer wieder. Okay. Ne, Mama, die habe ich aufgelassen, damit hier ein bisschen Wasser reinkommt. Wie mein Motor direkt wieder rumlängelt, ey. Schön. Ja, sie hat mich gefragt, sind deine Fenster zu euch? Ich habe gesagt, ne, die sind sperrangelweit auf, damit du ein bisschen Wasser reinkommst. Jetzt meckert sie hier rum. Ja, heute morgen waren deine Fenster sperrangelweit auf, also halt mal die Klappe, wenn ich dich hier frage. Also so in etwa, ne? Warte, was geht denn jetzt schon wieder? Boah, das kann echt nicht wahr sein. Ja, Minecraft ist absolut das bugfreieste Spiel, das ich je gesehen habe. Aber das kriegen sie auch nie auf die Reihe, ne? Ja. 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 Ja tu redest du denn, wenn du schlumm', weil du musstes dann ja... Jeder mal Wasser hol ich. Boah, jetzt darf ich drei Schichten Stein abtragen.. ja geil. Okay, das müssen wir ja strategisch machen. Und dann mal hier. Wer hat das jetzt reihenweise? Die Insel ist aber auch nackig. Die pflanzig-junger Mann. Leil, wie er da mal eben die mega-mäßig Brücke rübergebaut hat. Leil, bei ihm. Was ich noch irgendwie... die ganzen Sitzlinge möchte ich haben. Boah, auf jeden Fall. Achso, du meinst mein Ausstiegbrück, genau. Ja. Ist auf jeden Fall nicht so ganz klein. Irgendwo ist es... ich glaube es ist hier, ist es da? Nee. Das war schon gar nicht so schlecht. Ich glaube ich baue hier oben mein Haus hin, ne? Ja, ich mach das. Ich glaube da kommt gleich ein witziges Lied oder ein cooles Lied, meiner Meinung nach. Ja, ehrlich, ich baue mein Haus hin. Muss ich noch eine Brückenführung irgendwann nach unten machen? Ja, du musst ne Brücke zum... irgendwie schaffen, ne? Dass du zum Ding ins kommst. Aber das man von der Mitte ungefähr, oder zumindest... also man muss alles miteinander vernetzen, ne? Ich weiß, egal wie weit man weg ist, oder nicht. Deswegen, das wird auch nochmal ein Akt für mich, alter. Ja, für mich erst. Ja, ich weiß. Naja, du hast ja schon... ja, stimmt für dich. Du müsstest eigentlich nur zu mir bauen. Stimmt. Aber ich baue hier glaube ich gerade... ich muss ja erstmal einen Bau machen, damit ich überhaupt... Ich muss erstmal wissen, wo überhaupt dein Haus ist, also... ja, wo du überhaupt gerade baust. Mach mal Chunks mal voll hoch, hab ich gehört. Hab ich... ne, ich hab auch 16, weil das reicht. Leute, ich hab grad 90 FPS, was geht bei mir? Wie viel? 90. Was ist bei dir los? Vor allem, weil ich... also während der Aufnahme... das ist ungewöhnlich. Also hab ich zwar 130, aber... Boah, aber erst da hinten bist du... Aber du hast ja eine Brücke zu mir. Ich könnte... ja, ich könnte ja einfach so ein bisschen runter... also geradeaus hier eigentlich schon. Ja, du kannst ja auch von dem Wasserfall aus... aber von der... Klumpbrücke da über dem Wasserfall ungefähr. Von da aus kannst du das schon zu mir bauen. Mach ich auch. Das reicht ja auch. Ja, mach ich. Alter, meine Mutter kacktiert schon wieder rum, ey. Tage vor so hin. Was ist? Tage vor so hin. Ja, weißt du. Das stimmt, Alter. Zum Maul. Ja, was denn? Ja, zwei Wochen lang, oder was? Ja, wer weiß. Ne, die ist einfach nur Kake drauf wegen Power und so. Oh nein. Oh nein. Tja, so ist das, ne? Oh Gott. Ne, ist das so nicht. Gerade für mich nicht. Ah, wie soll ich denn... Na, jetzt mal eine... Boah, fickt euch doch alle. Ja, krass. Jetzt bin ich erstmal runtergefallen. Geil. Geil. Sick. Alles weg. Ne, ist nicht alles weg. Ja, witzig. Soll ich das hier wiederfinden? Guckst du einmal nicht nach unten. Ach. Du lebst scheinbar jetzt schon gefährlich. Aber du musst ja auch erstmal den Bau machen, damit du da überhaupt... Ja, Alter, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Wie jetzt? Was machst du jetzt? Ich bleib hier. Oh Gott, ey. Ne, du kannst ja auch unten bauen, da musst du keine Brücke bauen, ne? Wenn du irgendwo... Runden baust. Ja, mein Spiel scheißt gerade wieder ab, ja. Aber wieder hier seine Tage. Ach. Aber Junk ist zu viel gefressen. Boah, fickt dich doch an mein Körper hin. Was ist jetzt? Ja, schnarcht da an. Achso. Boah, schon wieder über eine halbe Stunde aufgenommen. Ja, geht schnell. Und nichts getan. Du. Na, für mich ist eigentlich auch noch nicht so wichtig. Der Fortschritt, ich brauche, das stimmt. Ich sterb hier maßlos ohne Grund, ey. Ohne Grund, ey. Hab ja nicht wieder. Schreib mich jetzt an. Silas Prakowski an Silas. Hä? Was ist das? Die Gruppe, was hast du denn da gehört? Was schreibst du denn da? Hä, wo? Ach, von Janus. Achso. Viel defekte Benzin. Rasenmäher. Was hast du denn da? Was? Wohin schreibt ihr das? In die Gruppe hier. Mit deinem Namen. Was weiß ich. Von auf eber kleiner Fall. Was weiß ich. Von auf eber kleiner Fall. Ich weiß nicht, dass wir vielleicht einen Kettger kaufen können. Und dann mit einem Benziner antreiben können. Jetzt sucht er überhaupt nach Rasenmähern und so. Und irgendwie den Benziner rauslaufen. Ja, sie darfst du aber nirgends wo fahren. Ach Gott, stopp. Ich weiß, dass man dich nur da fahren darf. Egal. Egal. Viel Spaß. Ja, hallo.